3, 2, 1, go! Hallo zusammen! Ja, ja, ja! Wieso? Aber wieso bist du... I'm gonna ride with you! Ride on! Move on! Hey, hoi! Jetzt fokt's schon an. Okay. Ja, ja, ja! Hoi zusammen! Ich bin's, der Dario. Oder auch der Hess. Hoi zusammen, ich bin der Jan. Hoi zusammen, das ist der Alex. Der Hess. Der Hammer eigentlich so richtig satt. Ich gehe weg oder sie schmeisse mich raus. Hat diverse Gründe. Nein, sag ich. Es ist ja so, Hess & Spanky Hammers ist einfach irgendwie ein langer, träger Name. Wir hätten irgendwie einfach nicht mehr wollen, weil ein Spanky Hammers ist einfach kurz und knackig und darum wollen wir das so weiter behalten. Da haben Alex's Buch schon umfangreich ist, weil wir das auch bei dem. Das andere ist, wir haben ein neues Band-Mitglied, der Gorsin Stecher, liebevoll Goetka genannt. Hallo zusammen! Ich bin der zweite Bündner, seit Neuestem. Prä-Päsel von Graubünden! Oh! Mein Name ist Korsin Stecher und... Er fährt auch einen Opel Gorking. Ich mache ein Trio zum Quartett. Dem kann man jetzt Meuterei sagen oder sonst etwas. Ich weiss es nicht. Er ist auch ein Bündner, wir können es trotzdem nicht mehr sein ohne die. Jetzt auch zusammen mit mir. Ich freue mich mega, zu den Spanky Hammers zu hören. Er ist ein geiler Sieg. Er bringt uns musikalisch weiter. Ich hoffe, wir werden lange gute Zeit haben und nächstens auch mit euch zusammen. Und in diesem Sinne freuen wir uns alle, euch irgendwann, wenn es Go-Weite mal zu lässt, wieder an einem Konzert zu sehen. Stay tuned! Und danke fürs Zuschauen! Ciao, ciao!